Hi Kids von 7 bis 8. Für euch habe ich eine Choreografie vorbereitet von Tim Bensko. Hoch. Ich drehe mich einmal mit dem Rücken zu euch, um euch das Ganze so zu zeigen, wie ihr das auch sonst bei mir im Unterricht sehen würdet. Ihr habt vier Posen, die dürft ihr euch aussuchen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Das macht ihr zweimal hintereinander. Dann geht es los mit dem Vers. 1, 2, 3, 4. Seid, klatsch. Seid, klatsch. 1, 2, 3, 4. Seid, klatsch. Seid, klatsch. Auf, auf, alle zusammen nicken. Shaken, 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 shaken. Ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Dann haben wir hoch das Bein, hoch das Bein, hoch das Bein, hoch das Bein und ganz viele Schritte. Tausend Schritte, die ihr geht. Nach rechts starten wir mit einem Seit und Seit. Seit und Seit. Winken, winken. Seit und Seit. Seit und Seit. Winken, winken. Ihr macht auf, auf, die Arme überkreuzt. Geht auseinander, die Arme wieder überkreuzt. Tief, tief und in die Hocke. Das Ganze zeige ich euch jetzt mit der Front zu euch mit Musik. Am Anfang habt ihr noch so ein bisschen Freestyle, dürft ihr euch bewegen, wie ihr möchtet. Und dann geht es los mit den Posen. Yeah! Die Leute fragen, wie viel extra Meter gehst du? Ich fange es an zu zählen, wenn es wehtun. Fehler bilden, ich mach mehr als genug. Bin zu müde für Pausen, komm nicht dazu. Und wenn es klappt, wo meine Beine sind zu schwer, dann geh ich so mit ganzen Schritten mehr. Auf, wenn wir schon weit gekommen sind, sie gehen immer weiter hoch hinaus. Egal, wie noch die Hürden das sind, sie sind doch kein Teiler von der Hocke raus. Wenn wir die Luft rausgehen, nur ist der Kopf, wo du siehst. Das ist eure Choreografie für alle 7- bis 8-Jährigen zu hoch. Viel Spaß damit! Weg!